Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nieder mit dem Patriarchat Nieder mit dem Patriarchat Nieder mit dem Patriarchat Nieder mit dem Patriarchat Ja, hallo? Wir haben nur noch uns. Wir sind auf uns allein gestellt. Sie müssen wissen, ich habe mich entschlossen, Nikolai aus der Schule zu nehmen. Ist er womöglich in eine üble Clique hineingerutscht? Wir spielen so laut und so scheiße, dass alle Leute glauben, es ist die Hölle! Ein echter Punker scheißt auf alles. Auf was alles? Auf alles, Mann. Bei Punks geht es nicht darum, wie alt man ist oder was man für Klamotten anhat. Punker ist einer, der sich traut, Scheiße zu... Was für eine Energie! Ich habe lange gebraucht, um dahinter zu kommen, Nikolai. Wohinter? Den geheimen Plan. Welchen geheimen Plan? Die Gemeinde ist wie ein Kannibale. Weil man alles, was beschissen ist, kaputt machen sollte. Was zum Beispiel ist beschissen? So gut wie alles. Aber die Nachrichten im Fernsehen, Schule, Kinderbücher von Torbjörn Ehne... Was ist denn so verkehrt an Torbjörn Ehne? Er kann doch noch nicht mal trommeln. Ich habe getrommelt. Im Schulorchester. Alles, verdammte Scheiße. Aber ich stehe voll dran.